Das Buch der Offenbarung von Jesus Christus Der Autor von diesem Buch wird am Anfang genannt. Es wurde von Johannes geschrieben, was sich auf den geliebten Jünger beziehen könnte, der das Evangelium und die Briefe geschrieben hat. Oder es war ein anderer Johannes, ein messianisch-jüdischer Prophet, der viel umherreiste und in der frühen Gemeinde lehrte. Egal um welchen Johannes es sich handelt, er macht im einleitenden Absatz deutlich, was für ein Buch er hier geschrieben hat. Er nennt es in erster Linie eine Offenbarung oder Apokalypse. Das griechische Wort dafür ist Apokalypsis und bezieht sich auf eine Art von Literatur, die den Lesern von Johannes aus der hebräischen Schrift und aus anderen bekannten jüdischen Texten sehr vertraut ist. Apokalypsen erzählten von den symbolischen Träumen und Visionen eines Propheten, die Gottes himmlische Perspektive auf die Geschichte und die aktuellen Ereignisse enthüllten, sodass die Gegenwart mit Blick auf das Ende der Geschichte betrachtet werden konnte. Und Johannes sagt, dass diese Apokalypse eine Prophezeiung ist. Das bedeutet, es ist eine Botschaft von Gott, die durch einen Propheten zu Gottes Volk gesprochen wird, in der Regel als Warnung oder Trost in Krisenzeiten. Indem er dieses Buch eine Prophezeiung nennt, sagt Johannes, dass es in der Tradition der biblischen Propheten steht und ihre Botschaft zum Höhepunkt bringt. Und diese apokalyptische Prophezeiung wurde an Menschen gesendet, die Johannes persönlich kannte. Das Buch beginnt und endet wie ein Rundschreiben, das an sieben Gemeinden in der antiken römischen Provinz Asien gesendet wurde. Die Zahl 7 ist sehr bedeutungsvoll für Johannes. Sie ist ein Symbol für Vollständigkeit, die auf den siebentägigen Sabbatzyklus im Alten Testament basiert. Und Johannes hat in jeden einzelnen Teil in diesem Buch die Zahl 7 eingewebt. Mit dieser Einleitung hat Johannes uns klare Anweisungen gegeben, wie er möchte, dass wir dieses Buch verstehen. Die jüdische Apokalypse sprach durch symbolische Bilder und Zahlen. Sie war keine geheime Vorhersage über den Zeitpunkt vom Ende der Welt. Vielmehr benutzt Johannes ständig diese Symbole aus dem Alten Testament. Und er erwartet von seinen Lesern, dass sie selbst herausfinden, was die Symbole bedeuten, indem sie den Text nachschlagen, auf den er verweist. Die Tatsache, dass es sich um einen Brief handelt, bedeutet auch, dass Johannes sich wirklich mit der Situation dieser Gemeinden des ersten Jahrhunderts befasst. Und obwohl dieses Buch den Christen späterer Generationen viel zu sagen hat, muss seine Bedeutung erstmal im historischen Kontext von Zeit, Ort und Zielgruppe von Johannes verankert werden. Das bringt uns zum ersten Abschnitt vom Buch, der Botschaft von Jesus an die sieben Gemeinden. Johannes war auf die Insel Patmos verbannt worden und er hatte eine Vision vom auferstandenen Jesus, der als König der Welt erhöht war. Er stand zwischen sieben brennenden Lichtern. Und Johannes wird gesagt, dies sei ein Symbol für die sieben Gemeinden in Kleinasien, was aus dem Buch des Propheten Zacharja übernommen wurde. Und Jesus spricht die konkreten Probleme an, denen sich jede Gemeinde ausgesetzt sah. Einige waren aufgrund von Reichtum und Überfluss apathisch. Andere waren moralisch kompromittiert. Ihre Leute aßen immer noch rituelle Mahlzeiten und schliefen in heidnischen Tempeln herum. Aber andere dieser Gemeinden blieben Jesus treu. Und sie wurden schikaniert und sogar gewaltsam verfolgt. Jesus warnt, dass es noch schlimmer wird. Es herrscht Bedrängnis in den Gemeinden und diese wird sie zwingen, sich zwischen Kompromissen und der Treue zu Jesus zu entscheiden. Zu Johannes' Lebzeiten war die Ermordung von Christen durch den römischen Kaiser Nero vorbei. Aber ihre Verfolgung durch Kaiser Domitian war wahrscheinlich gerade in vollem Gange. Die Versuchung bestand also darin, Jesus zu leugnen. Entweder um der Verfolgung zu entgehen oder einfach um sich der Stimmung zur Zeit der Römer anzuschließen. Jesus ruft sie zur Treue auf, damit sie überwinden oder buchstäblich siegen können. Und er verspricht eine Belohnung für alle in diesen Gemeinden, die siegen. Jede Belohnung stammt direkt aus der letzten Vision im Buch über die Verschmelzung von Himmel und Erde. Und so bestimmt dieser erste Abschnitt die Spannung der Haupthandlung in diesem Buch und wird sie vorantreiben. Wird das Volk von Jesus durchhalten? Werden sie die neue Welt erben, die Gott für die Menschen hat? Und warum wird die Treue zu Jesus als Sieg bezeichnet? Der Rest des Buchs ist die Antwort von Johannes auf diese Fragen. Im nächsten Abschnitt hat Johannes eine Vision von Gottes himmlischem Thronsaal. Er beschreibt ihn mit den gleichen Bildern wie viele der alttestamentlichen Propheten. Gott ist von Geschöpfen und Ältesten umgeben, die die gesamte Schöpfung und die menschlichen Nationen repräsentieren. Sie bringen dem einen wahren Schöpfergott Ehre und Treue entgegen. Er ist heilig, heilig, heilig. Gott hält eine Schriftrolle in der Hand, die mit sieben Wachssiegeln verschlossen ist. Sie symbolisiert die Botschaft der alttestamentlichen Propheten und die versiegelte Schriftrolle aus Daniels Visionen. Sie handelt davon, wie Gottes Königreich hier auf Erden so kommt, wie es im Himmel ist. Aber es stellt sich heraus, dass niemand die Schriftrolle öffnen kann, bis Johannes von jemandem hört, der es kann. Es ist der Löwe aus dem Stamm Judah, die Wurzel von David. Er kann sie öffnen. Dies sind klassische alttestamentliche Beschreibungen vom messianischen König, der Gottes Reich durch militärische Eroberungen bringen wird. Das ist es, was Johannes hört. Aber was er dann sieht, ist kein aggressiver Löwenkönig, sondern ein geopfertes, blutiges Lamm, das dort lebendig steht und bereit ist, die Schriftrolle zu öffnen. Das Symbol von Jesus als geschlachtetes Lamm ist von entscheidender Bedeutung, um dieses Buch zu verstehen. Johannes sagt, dass das alttestamentliche Versprechen von Gottes zukünftigem siegreichem Königreich durch den gekreuzigten Messias Jesus in Kraft trat. Er überwand seine Feinde, indem er für sie als das wahre Passerlamm starb, damit sie erlöst werden konnten. Wegen der Auferstehung war der Tod von Jesus am Kreuz keine Niederlage. Es war seine Thronbesteigung. Auf diese Weise hat er das Böse besiegt. Diese Vision endet also mit dem Lamm neben dem, der auf dem Thron sitzt. Sie werden gemeinsam als der eine wahre Schöpfer und Erlöser verehrt. Und das geschlachtete Lamm beginnt, die Schriftrolle zu öffnen. Es ist ein Symbol für seine göttliche Autorität, die Geschichte zu ihrem Ende zu führen. Das bringt uns zum nächsten Abschnitt des Buches, den drei Kreisläufen von je sieben. Sieben Siegel, sieben Posaunen und sieben Schalen. Jeder Kreislauf zeigt Gottes Königreich und Gerechtigkeit. Es kommt so auf die Erde, wie es im Himmel ist. Einige glauben, dass diese drei Kreisläufe von sieben göttlichen Gerichten eine buchstäbliche, geradlinige Abfolge von Ereignissen darstellt, die entweder in der Vergangenheit stattgefunden haben oder jetzt geschehen könnten oder in der Zukunft noch geschehen werden, wenn Jesus wiederkommt. Aber achte darauf, wie Johannes all diese Siebnen zusammengewebt hat. Die letzten sieben Schalen kommen aus der siebten Posaune und aus dem siebten Siegel hervor. Und die sieben Posaunen kommen aus dem siebten Siegel hervor, wie Matroschka-Puppen. Jedes siebte enthält die nächsten sieben. Achte auch darauf, wie jede der sieben Erfolgen im letzten Gericht gipfelt und sie übereinstimmende Schlussfolgerungen ziehen. Es ist also wahrscheinlicher, dass Johannes jede sieben Erfolge benutzt, um dieselbe Zeitspanne zwischen der Auferstehung von Jesus und seiner zukünftigen Rückkehr aus drei verschiedenen Perspektiven darzustellen. Das geschlachtete Lamm beginnt also, die ersten vier Siegel der Schriftrolle zu öffnen. Johannes sieht vier Reiter. Das ist ein Bild aus Sahaja 1. Sie symbolisieren Zeiten von Krieg, Eroberung, Hungersnot und vom Tod. In anderen Worten, einen tragisch durchschnittlichen Tag in der Menschheitsgeschichte. Das fünfte Siegel zeigt dann die ermordeten christlichen Märtyrer vor Gottes himmlischem Thron. Und der Schrei ihres unschuldigen Bluts steigt vor Gott auf wie Rauch vom Räucheraltar. Sie werden aufgefordert, sich noch zu gedulden, weil noch mehr Christen sterben müssen. Wir erfahren nicht warum, aber uns wird gesagt, dass es nicht ewig dauern wird. Das sechste Siegel ist Gottes endgültige Antwort auf Jeweklagen. Er bringt den Tag des Herrn, der in Jesaja und Joel beschrieben wurde. Die Menschen auf der Erde rufen, wer kann bestehen? Und dann unterbricht Johannes plötzlich die Handlung, um diese Frage zu beantworten. Er sieht einen Engel mit einem Siegelring auftreten, um Gottes Knechten, die all diese Not ertragen, ein Schutzzeichen zu setzen. Und er hört die Zahl derer, die besiegelt sind. Sie lautet 144.000. Es ist eine militärische Volkszählung, wie die in Numeri Kapitel 1. Es sind 12.000 aus jedem der zwölf Stämme Israels. Jetzt pass auf, die Zahl dieser Armee ist das, was Johannes hörte, genau wie er von dem siegreichen Löwen von Judah hörte. Aber was er in beiden Fällen anschließend sah, war die überraschende Erfüllung dieser militärischen Bilder in Jesus, dem geschlachteten Lamm. Er sieht diese messianische Armee von Gottes Königreich und sie besteht aus Menschen aller Nationen, wodurch Gottes altes Versprechen an Abraham erfüllt wird. Es ist diese multiethnische Armee des Lamms, die vor Gott stehen kann, weil sie durch das Blut vom Lamm erlöst wurde. Alle in dieser Armee werden Eroberer genannt, aber nicht, weil sie ihre Feinde töten, sondern weil sie leiden und Zeugnis ablegen, genau wie das Lamm. Danach wird das siebte und letzte Siegel gebrochen. Aber bevor die Schriftrolle geöffnet wird, tauchen die sieben warnenden Posaunen auf und Feuer wird vom Weihrauchaltar genommen. Es symbolisiert das Wehklagen der Märtyrer und wird auf die Erde geworfen, um den Tag des Herrn zu vollenden. Bei den sieben Posaunen spult Johannes zurück und erzählt die Geschichte nochmal. Diesmal mit Bildern aus der Exodus-Geschichte. Die ersten fünf Posaunenstöße wiederholen also die Plagen, die auf Ägypten losgelassen wurden. Die sechste Posaune gibt dann die vier Reiter frei, die von den ersten vier Siegeln kamen. Aber dann sagt uns Johannes, dass die Nationen trotz all dieser Plagen keine Buße getan haben, so wie es der Pharao in der Exodus-Geschichte auch nicht getan hat. Es scheint also, als ob Gottes Urteil allein die Menschen nicht zur demütigen Umkehr vor ihm bringen wird. Dann unterbricht Johannes wieder die Handlung. Ein Engel bringt die unversiegelte Schriftrolle, die vom Lamm geöffnet wurde. Und genau wie Hesekiel wird Johannes aufgefordert, die Schriftrolle zu essen und dann den Nationen ihre Botschaft zu verkünden. Endlich ist die Schriftrolle vom Lamm geöffnet und jetzt werden wir erfahren, wie Gottes Königreich hier auf Erden kommen wird. Der Inhalt der Schriftrolle wird in zwei symbolischen Visionen dargestellt. Zuerst sieht Johannes Gottes Tempel und die Märtyrer am Altar. Er wird aufgefordert, den Tempel zu messen und die Märtyrer zu zählen. Es ist ein Bild des Schutzes aus Zachariah 2. Die Vorhilfe der Stadt sind davon ausgeschlossen und werden von den Nationen verwüstet. Einige glauben, dieses Bild beziehe sich buchstäblich auf eine Zerstörung von Jerusalem, die in der Vergangenheit stattgefunden hat oder in der Zukunft geschehen wird. Aber wahrscheinlicher ist es, dass Johannes der Überlieferung von Jesus und den Aposteln folgt, die den neuen Tempel als Symbol für Gottes neues Bundesvolk verwenden. In diesem Fall ist es ein Bild dafür, wie die Nachfolger von Jesus durch die Nationen verfolgt werden könnten. Aber diese äußere Niederlage kann ihren Sieg durch das Lamm nicht wegnehmen. Diese Idee wird in der zweiten Vision der Schriftrolle erweitert. Gott ernennt zwei Zeugen zu prophetischen Vertretern der Nationen. Viele denken hier wieder, dies beziehe sich wörtlich auf zwei Propheten, die eines Tages in der Zukunft erscheinen werden. Aber Johannes nennt sie Leuchter, was eines seiner klaren Symbole für die Gemeinden ist. In dieser Vision geht es also eher um die prophetische Rolle der Nachfolger von Jesus, die den Auftrag von Mose und Elia übernehmen sollen und die götzendienenden Nationen und Herrscher auffordern sollen, sich wieder dem einen wahren Gott zuzuwenden. Aber dann taucht plötzlich ein schreckliches Tier auf, erinnere dich an Daniel 7, und das Tier besiegt die Zeugen und tötet sie. Aber dann erweckt Gott sie zum Leben und rechtfertigt sie vor ihren Verfolgern. Und das Endergebnis ist, dass viele unter den Nationen endlich Buße tun und dem Schöpfergott am Tag des Herrn Ehre erweisen. So, stopp! Denk über die Geschichte bis hierher nach. Gottes warnende Urteile durch die Siegel und die Posaunen haben die Völker nicht zur Buße geführt, so wie die Exodus-Plagen das Herz vom Pharao nur verhärtet haben. Aber das Lamm besiegte seine Feinde, indem es sie liebte und für sie starb. Jetzt enthüllt die Botschaft seiner Schriftrolle die Mission seiner Armee, der Gemeinde. Gottes Königreich wird offenbart werden, wenn die Nationen sehen, wie die Gemeinde das liebevolle Opfer vom Lamm nachahmt, indem sie ihre Feinde nicht töten, sondern für sie sterben. Es ist Gottes Gnade, die durch die Nachfolger von Jesus gezeigt wird und die die Nationen zur Umkehr bringen wird. Diese überraschende Behauptung ist die Botschaft der geöffneten Schriftrolle, die Johannes genau in die Mitte vom gesamten Buch gestellt hat. Danach ertönt die letzte Posaune und die Nationen werden erschüttert, als Gottes Königreich hier auf die Erde kommt, so wie es im Himmel ist. Jetzt wissen wir also, wie die Gemeinde Zeugnis vor den Nationen ablegen und die neue Schöpfung erben wird. Aber was war das für ein schreckliches Tier, das Krieg gegen Gottes Volk geführt hat? Und wie wird die ganze Geschichte enden? Das wird Johannes uns in der zweiten Hälfte vom Buch der Offenbarung erzählen. Wir glauben, dass sich ein roter Faden durch die gesamte Bibel zieht. Und wir machen Videos wie dieses, um dir zu helfen, den Aufbau und die Kernaussage eines Buchs besser zu verstehen. Das ist nur möglich, weil Menschen das Projekt unterstützen. Wenn du mehr darüber wissen willst, dir dieses Video und das dazu passende Plakat kostlos herunterladen möchtest, dann besuche unsere Website www.dasbibelprojekt.de